Ich bin Ursula Hoffmann, neue Pressesprecherin hier beim Bayerischen Jagdverband und mit ihm hier, das ist Karu, mein Labrador aus jagdlicher Leistungszucht. Unterwegs auf dem langen steinigen Weg zur Jungjägerin, also was die Jagd angeht, sind wir zwei noch absolute Anfänger. Platz. Aber was die Kommunikation angeht, bin ich der Profi. Journalistin, Redakteurin, Fernsehmoderatorin und Pressesprecherin und meine Mission ist es, rüberzubringen und sichtbar zu machen, was es wirklich heißt, Jäger zu sein. Gemeinsam mit dem Team vom Bayerischen Jagdverband wollen wir dafür sorgen, dass es draußen wieder mehr Wertschätzung und Respekt gibt für die Experten der Natur, weil das seid ihr, Bayerns Jägerinnen und Jäger. Jeden Tag im Jahr draußen in den Revieren, ehrenamtlich unterwegs, damit es Wild und Wald gut geht. Ihr sorgt für die Hege, ihr jagt weitgerecht, ihr seid Naturschützer und ihr seid Tierschützer. Und genau das soll jeder wissen. Tierschützer. Good boy. Sit.